Hallo zusammen, ich heisse Noah und beim ersten Lehrerjahr als Automatiker bei der Firma Aldweiss Note angestellt. Heute erkläre ich euch die Tätigkeiten des Automatikers. Hier seht ihr, wie ich gerade ein Schalter für eine Heli-Bühne am Löten bin. Für das braucht man ein gutes Fingergefühl und man muss voll konzentriert sein. Sobald ein Auftrag reinkommt, bin ich dafür zuständig, dass alles aus dem Lager gerüstet wird und pünktlich bereit ist, wenn man es braucht. Hast du gewusst, dass wir Skiwerfer für grosse Bühne nehmen und Theater programmieren? Das Mitarbeiter und das Team um mich herum sind super und weisst wahr, der Lohn ist auch brutal gut. So, ihr habt einen kleinen Einblick in den Beruf Automatiker bekommen. Wenn ich euer Interesse geweckt habe, dann freuen wir uns auf deine Bewerbung. Mein Klavier ist beeindruckend. indem ich tenant kommentierende Dennis verbreiten habe, Gute, die ihr angeht.